Ja Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video, mit dabei ist heute, liebe Sturmwaffel. Hi. Boah, Junge, ist das unangenehm. Leute, willkommen wieder zu einer weiteren Folge vom Ultraland. Wir haben wieder unangenehme Kandidaten und unangenehme Talente am Schluss. Boah, ist das ein Helgato-Cam-Link? Ja. Leute, und heute geht es vom Ultraland folgende Thematik. Freddy, lasst doch jetzt die Klima... Hallo, es ist warm! Mann, es hört man aber auf der Aufnahme, jetzt ist sie an, jetzt... Jetzt hast du... Lasst sie in Ruhe. Leute, beginnen wir einfach mit Thanos, der rappt. So. Hast du den Film schon gesehen? Nee. Hoffentlich spoilert er dich im Rap, Alter. Hoffentlich spoilert. Ich kann nicht mehr raus. Warum? Ja, ich habe einen Hund, Mann. Ich kann kein Kino mehr gucken. Ja, selber schuld. Dann wirst du jetzt gespoilert. Ja. Hallo. Hallo, Revi. Wie geht es dir? Ja, mir geht es super. Wie geht es dir? Sehr leise. Ja, mir geht es auch gut. Erzähl mal, Bruder, was kannst du, Alter? Ja, ich könnte freestine. Ich war schon mal hier so bei der letzten Folge Ultraland. Ach, der Thanos des Raps. Also die hieß letzte Folge. Ich dachte, du rappst wie Thanos. Also du rappst was über Thanos. Aber ich gebe dir jeden Tag... Also ich bin der Thanos des Raps halt, ja. Ach so, okay, dann fang einfach mal an. Ah, oh. Verstehst du? Ja, ja. Könnt ihr euch das aussuchen. Soll ich so im Style von Sturmi oder mehr im Revi-Style rappen? Sturmi, Sturmi. Sturmi, Sturmi. Sturmi, Sturmi, ja. Alter, Sturmi. Sturmi, das ist aber scheiße. So, wenn ich Revi, da mache ich auch die 300 Wörter, da mache ich auch die 1000 Wörter in 3 Minuten Challenge. Was ist Sturmi-Style? Äh, Sturmi ist halt richtig scheiße und langsam und doof. Imagearbeit 2018, hab ich gesagt, ne? Ja, mach mal wie du magst einfach, wir fangen einfach mal an. Okay, ich mache jetzt den Revi. Ja. Digger, man, komm rein und ficken in die Gerade, wieder mal hier und das Kuppeln, immer wieder in der Oberde Geschwäckheit. Und ficken dabei ab, aus diesem Party und Weg, wenn ich komme, Digger, man, gehst du nicht wieder los? Denn es ist bitte nicht gerade wieder die Snows. Es ist so, wie dieser Fickolos. Wenn ich komme, Digger, man, gehst du nicht wieder nach vorne, der entspricht meinem Rund. Wieder in den Lohnen, wenn ich komme, Digger, man, gehst du nicht nach rein? Wenn ich komme, Digger, man, da beteilt. Wenn ich mache nämlich gerade wieder alles kaputt, wenn ich komme, Digger, man, da beteilt. User was moved out of your channel. Digger, ne? Ich mach ein Video über die Double Time. 9000 Werte in 1 Minute. Der Boss. Typisches Video von ReVinSide, kurz zusammengefasst. Geil, Alter. Okay. Weiter geht's mit LOL, der Anni-Stimme. Hallo. Hallo, Anni-Stimme. Hallo. Ich spiel' kein League of Legends, ich kenn' Anni nicht, den Charakter, aber mach mal. Ashes, Ashes, they all fall down. Kannst du noch was anderes? Äh, ich kann alle meine Äntchen singen. Okay, mach mal, mit der Stimme. Oh, ne, mit der Stimme nicht. Okay, versuch mal. Ich soll's versuchen. Ja. Nee. Okay, tschau. Was ist League of Legends nochmal? Ich weiß nicht, wer, warum ist Frankie Lee wieder da? Wuhuu. Hallo. Hey, was geht ab? Na? Frankie gerade aufgestanden, erst mal schön neun Schichter in die Behörde. Was geht, Alter? Nein, ich hab grad was anderes gemacht. Aus welchem Loch kommst du denn gekrochen, Digga? Aus welchem Loch? Ja. Ja, das wüsstest du gerne. Wie geht's euch? Alles cool? Ja, mir geht's super. Ja, alles heftig. Es waren schon richtig geile Talente dran. Nee, tatsächlich nicht. Ja. Was hast du heute mitgebracht, Frankie, Alter? Alda Menderes. Also, was ich mitgebracht habe, was ganz Feines. Was ganz Feines. Und zwar einen Newstime-Diss-Track. Ja. Okay, also hab ich jetzt schon mal einen Titel dank dir. Und, äh, ja. Stark. Du weißt Bescheid, ich kann euch nicht hören, wenn Autotune an ist. Ja, klar. Ja, wie bei allen Rappern. Ja, warte. Frankie, hörst du mich? Oh, the tune is dark. Frankie, hörst du mich? Hey. Ich wollte dir schon immer sagen, dass du kranken nervst. Eigentlich nervt, Alter, beim Ultra-Flłamens. Ist dein Fahrrad. Nicht die Ereignisse. Oh. Oh. Die Ereignisse überschlagen dich. Digga, seit einem weigh ich nicht. Herr Neustime, einfach ... Wie Fahrradfahren mit Neustime-Wenn die Speiche brüüüüüüüüüüüüüüüüüü probability. Guten Tag Herr Neustime, ich hab da was für dich. Das ist deine Ansage, denn du erwähnst mich nicht. Dein Konzept ist nicht schlecht, aber nicht immer bist du echt. Es kommt dir doch darauf an, wie viele Klicks du schluchst, du Specht. Hey Mister, hey Doktor, oder wie soll ich dich mennen? Oder Franky, rap einfach weiter, wenn es kein Zweck rein war. Nicht immer, wie wärdest du das ganze Objektiv? Wie eine teure Kamerad, die schlechte Bilder schiebt. Ich weiß ja nicht, woran es liegt. Bring dir zu wenig Klicks. Den besten Michel's Gift Song erwähnst du einfach nicht. Wie Reißsäcke in China oder Boote, die untergehen. Wobei doch meine Songs will ja auch ins Segel nehmen. Also Franky, würde ich jetzt noch nicht sagen, Franky. Das ist lustig, du hörst alles im Nachgang, wenn das Video online ist. Komm ich wieder, um was Gutes zu tun. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Dann hat diese News Time mal etwas zu berichten. Franky Levitt schreibt deutsche Schlagergeschichte. Oh, scheiße. Nein, 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 Franky. Franky, nein. Das wird auf jeden Fall besser wie das ganze Pseudo-wichtige Zeug. Deswegen Autotune rein, Leute. Franky, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Erstmal Autotune aus, oder? Mach bitte keinen Schlag. Alter, Franky, wir freuen uns krank auf deinen Schlager, wirklich. Ja, das ist ja schön. Das wird richtig geil, Alter. Wir haben richtig Bock drauf. Sehr schön, sehr schön. Danke, es war schön. Also, ne, da müssen die Leute aber auch genau wissen. 30.000 Likes auf diese Ultratalent-Folge, dann komme ich wieder mit einem WM-Schlagersong mit Autotune. Wie ist das? Nein! Danke! Ihr müsst nächstes Mal da mitmachen, okay? Ja, ja, ja. Gebt euch dann eine Anleitung. Machen wir. Danke, K1. Franky, ciao! Und die Köhre singen für mich. Was ist mit ihm hier? Flo, Alter. Flo, du singst? Schnell! 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 Okay. Schnell! Okay. Darf ich dir was sagen? Ja? Ed Sheeran ist vielleicht nicht der beste Cover-Artist für dich. Nee. Vielleicht sowas wie Lordi. Du hast eine sehr tiefe Stimme. Ja, warte. Ich hab eigentlich was vorbereitet, was geil ist. Hot Rock! Halleluja! Dann musst du ein bisschen die Kopfstimme. Halleluja! Darf ich bitte was machen, was ich vorbereitet habe? Okay, einmal kurz. Aber 20 Sekunden. Schnell! Alles los. Okay. Ja, passt. Ja, passt. Deutlich geiler. Ich hab krank Gänsehaut. Ich hab krank Gänsehaut. Ich... Tschüss! Herbert Grönemeyer! Warum? Warum ich komm aus dir? Warum ich häng an dir? Warum ich häng an dir? Was ist mit der Zeit? Mhm. Gut. Mach's gut Herbert, ne? Warum? Irgendwas ist anders mit Herbert. Was ist mit Herbert passiert? Ich find den super. S.N.G.R. das beste Team, oder? Endlich mal ein Label! Kannst du endlich mal... Hallo? 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 Bist du ein Label? Nee, nee. Was bist du denn? Ich bin kein Label. Mach mal Musik an, die du produziert hast. Ja, ja. Okay, Mama? Ich hab ein Fortnite Remix gemacht. Okay. Cool, was Neues. Ich muss meinen Kopf vor meine Boxen halten. Sehr modern. Okay. Wie echte Musikproduzenten das machen. Ja. Hier DJ Khaled, das ist mein Mix. Ja, genau. Ja. Also, ich hör' ich jetzt nicht. Das ist der Soundtrack von Fortnite. Nee, nee, warte mal. Ja, ja, bitte. Da komm schon Snares. Okay. Und Claps. Das ist gar so schlecht. Das ist cool. Ja. Das ist gar nicht so schlecht. Ja. Das ist gar nicht so schlecht. Das ist ein Future Bass. Das ist ein Future Bass. Das ist ein Future Bass. Das gefällt mir. Ja, ja. In der Mitte des Screens machen wir dein Logo. Und dann so, wie die Ausschläge da sind. Weißt du, wie so ein echter Musikchannel. Ja, Mann. Ja, Mann. Dankeschön. Ich muss dich jetzt hochmoven. Dein Hund ist da. Hi. Hast du jetzt endlich gelernt? Ah, ja, ja. Ich hab. Was hast du? Ja, ja. Hab ich. Okay, mach mal. Was denn? Okay. Ja. Okay, hier. Hörst du's? Ja. Okay. Oh. 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 Stopp. 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 Sorry. Krieg ja trotzdem Copyright Strike für. Auch wenn du es aufgesplittet hast. Nein. Wie kann man neben dem? Doch, doch. Ja, ja. Das ist eine neue Copyright-Musik. Okay. Tschüss, ne? Tschau. Ah, ah. User was moved out of your channel. Was sind denn wieder für Leute da? Weiß. Kannst du dein Handy jetzt wieder? Wir sind mitten im Casting-Alter. Ja, Entschuldigung. Jetzt sofort. Der ist auf dem Weg. Kann ich den küssen? Weiter geht's mit dem Geschichtenbär. Tu's Handy jetzt beiseite. Ja, warte. Ich hör doch zu. Hallo Geschichtenbär. Hi. Na? Na? Kannst du eine Geschichte erzählen? Ja, klar. Ja, mach mal. War einmal ein kleiner Lizard-Mann namens Revi, der wegen seiner Lache von Marvin und Fiona gemobbt wurde. Den Marvin und Fiona. Eines Tages kam ein Sessel und eine Taifahne dazu. Was? Und mach nur, ey Revi, geh lieber mit Sturmy Fortnite spielen. Ja. Und setz deine Priorität lieber aufs Arbeitsamt. Damit du ein bisschen Geld bekommst und eine Lamborghini im Tunnel anzünden kannst. Und wenn dein Lambo nicht brennt, dann brennst du. Danke, Revi. Kann es sein, dass du viel Drogen genommen hast? Ne, Drogen hab ich eigentlich noch nie genommen. Und warum bist du so wie du bist? Weil ich blöd bin. Tschüss. Weil ich blöd bin. Weil ich ziemlich dumm bin. Heißt du eh nix, weil du eh nix kannst? Witz! Genau. Genau, deswegen heißt ich, ich wollt was rappen für euch. Okay. Das ist die größte Angriffsfläche. Er ist Rapper und nennt sich so wie jemand, der nichts kann. Ja, wie nix da. Bei VBT. Ja, richtig. Mach einfach an. Sie war alleine da. Auf dieser großen Welt. Ohne Freunde. Ohne Fan. Und sogar ohne Geld. Keine wollte sie haben. Sie lief immer Leben her. Sie hatte nie ein Leben, denn es war nicht lebenswert. Keiner mochte ihre Art zu reden. Sie hatte ne schwarze Seele. Und eines Tages ist ihr alle scheiße da gewesen. Sie hat so oft geweint. Sie war so oft allein. Und das Ganze verstärkt ihre Entschlossenheit. Stell dir vor, deine Eltern schlagen dir. Mit Sangen verpappert. Aber was sagen, das geht nicht. Denn du schämst dich. Und willst einfach nur weglaufen. Niemand was sagen. Denn du weißt nichts von Verstrauen. Du weißt nicht was Liebe ist. Kennst du Standardskill? Äh, natürlich. Du hörst dich genauso an wie der. Bist du Standardskill? Nein, bin ich nicht. Warum nicht? Weiß ich nicht. Warum machst du? Tschüss. Ja, oder? Ich hab beide gelacht. War geil, ne? War gut. Hallo. Hallo. Hi. Hi, you are the reason. The reason, the reason. Ich spiel das Piano für Danny, ne? Okay, mach mal. Mach das Piano. Okay. There goes my heart beating. Cause you are the reason. I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind racing. And you are the reason. That I'm still breathing. I'm hopeless now. Oh, I climb every mountain. And sweep every ocean. Just to be with you. And fix what I've broken. Oh. Bro. Mega. Bro, bro, bro. Beide mad gute Performance. Mad gut. Dankeschön. Danke dir. Sliwki schlau und schlecht. Kann der nur Scheiße werden? Ich muss kurz... Kann ich den Hund holen unten? Kann der jetzt hier hinten ins Video kommen? Kann der ins Video kommen, der Hund? Ja, mach mal. Freddy geht kurz weg. Komm, hau rein. Ich will aber mit, Freddy. Ja, komm, jetzt mach einfach. Hast du deine Periode? Ich hab nicht meine Periode. Ich hab keinen Bock mehr. Es ist 20 Grad, 35 Grad hier drin in meinem Zimmer. Jetzt los. Kann ich den Ventilator bringen? Ja, bastel mir den Ventilator und zeig mir einfach, wie ich nicht mehr schwitze. Hi, Freunde. Heute zeigen wir euch, wie ihr ganz einfach nicht mehr schwitzen tun müsst. Als allererstes müsst ihr euch mit eurem Sperma einschmieren. Was zum Teufel? Warum? Das funktioniert sehr gut. Wenn du das machen tust, dann wird dieser ganze Schweiß ausweichen und wird unter die ganze Haube gehen. Wenn dir gefangen tut dieser Life, musst du ganz einfach weitermachen. Wenn du den ganzen Körper voll geschmiert hast, wirst du keinen Schweiß mehr spüren und du wirst keine Nässe mehr haben. Wenn du wissen willst, wie du das komplett sogar bei deinem Intimbereich machen kannst, das mache ich lieber beim nächsten Mal. Also wenn dir gefallen hat unser Lifehack, dann lasst schon mal ein Like da und ein Abo. Als nächstes kommt auch ein kleiner Song zum Sleefki Show. Also viel Spaß bei dem weiteren Song. Danke. Das war wirklich schlecht, ne? Tschüss. User was moved out of your channel. User was moved to your channel. Okay, einfach rein. Los geht's. Puh! Dankeschön! Danke! Hast du selber geschrieben? Ich kann keine Noten lesen. Ich hab's auswendig, aber ist von mir ja. Mad Respect. Klingt sehr gut. Noten lesen ist wichtig. Tu das. Ich weiß. Aber schon mal gute Grundlage. So Leon, du hast eine Minute Zeit. Eine Minute Zeit hast du. War noch im Tunnel. Eine Minute Zeit hast du. Okay, hab was von Not So Cool mitgebracht. I've been waiting, Alter. Okay, die Zeit läuft ab jetzt. 1 Minute. Und los. 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 Okay, deine Minute ist vorbei. Leon, das war sehr schön. Danke schön. Danke. Danke. Tschüss. Hallo. Hallo. Du kannst auch singen? Ja, denke ich. Vielleicht. Okay, dann versuch doch mal. Ja, Problem. Ja? Die Speicherkarte ist voll. Au. Jetzt, ich muss schnell die Abmoderation machen. Das tut mir leid, okay? Okay. Hi. Wir haben volles Problem. Die Speicherkarte ist voll. Und jetzt muss ich Abmoderation machen. Weil Thomas ist ein Jobverkackter, der Penne, Alter. Thomas! Also, du darfst jetzt im Hintergrund ein bisschen singen. Und ich moderiere ab, okay? Voll geil. Okay, auf geht's. Leute. Das war's. Vom wunderbaren Ultratalent. Ich verabschiede mich hiermit. Die Speicherkarte ist voll. Hello darkness, my own friend. Perfektes Lied dafür, Alter. Perfektes Lied. Freddy hat mich alleine gelassen. Meine Speicherkarte hat mich alleine gelassen. Mein Skill hat mich alleine gelassen. Und es ist wieder an der Zeit für mich zu gehen. Lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns in der nächsten Folge vom Ultratalent wieder. Macht's gut. Danke fürs Teilnehmen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Ja, Leute. Scheinbar ist doch nicht vorbei. Freddy hat seinen Hund gebracht. Wir haben einen Gewinner. Der liebe You're the Reason Why hat gewonnen. Der liebe Danny Official singt. Hat gewonnen. Aber du hast mein Herz gewonnen. Kleiner Hund. Oh. Nehm ich jetzt mit? Ich behalte dich. Doch, doch. Leute schaut bei Freddy vorbei. Das war's vom Ultratalent. Aber jetzt wirklich. Alles gut. Tschüss. Hilfe. So.